Das ist doch der Wahnsinn, was die bei Waffenexporten machen. Erzählen Sie der Öffentlichkeit allen Ernstes, es gibt keine neuen Waffenexporte. Der Fakt ist erstmal, dass seit 2000 1,75 Milliarden Rüstungsgüter in die Türkei exportiert worden sind. In diesem Jahr bis heute für 251 Millionen Rüstungsgüter. Die Türkei steht auf Platz 1, Termin 31.8. Das ist die Realität. Der Angriffskrieg in Nordsyrien, der wird mit deutschen Panzern geführt. Und das ist ein riesiger Skandal. Diejenigen, die das genehmigt haben im Sicherheitsrat, die müssten keine einzige Sekunde schlafen können, liebe Genossinnen und Genossen. Und die Rüstungsindustrie, die daran Profite verdient, es sind blutige Profite, die ihr damit verdient. Auch ihr dürftet eigentlich aktuell nicht eine Nacht ruhig schlafen können. Und ja, es sind die Kurdinnen und Kurden, mit denen uns eine besondere Solidarität verbindet. Sie sind Erdogan ausgeliefert worden. Und dieser Waffenstillstand, der steht aktuell auch nur auf dem Papier. Es sind die Kurdinnen und Kurden, die dafür gesorgt haben, dass ein großer Teil der Jesidinnen und Jesiden eben nicht versklavt und ermordet worden sind. Das sind diejenigen, die gegen den IS real gekämpft haben. Das sind diejenigen, die ein demokratisches Projekt in Kobane und an anderen Stellen auf den Weg gebracht haben. Und deshalb ist ganz klar, dass keine Waffenexporte mehr genehmigen, nicht ausreicht. Es muss ganz klar sein, keine einzige Waffe darf ab sofort in die Türkei geliefert werden. Dafür muss sich Angela Merkel auch in der EU stark machen, dass das für alle europäischen Länder gilt. Denn so kann es doch nicht weitergehen, dass dieser Krieg mit europäischen Waffen geführt wird, liebe Genossinnen und Genossen. Und ja, es sind auch weitere Dinge möglich. Warum werden denn weiter Hermes-Bürgschaften ausgereicht? Auch da muss es einen sofortigen Stopp geben. Warum werden nicht Guthaben auch von türkischen Politikern in Deutschland eingefroren? Auch das wäre doch möglich. Und der größte Skandal ist meines Erachtens folgender. Die Bundeswehr ist in einem Einsatz, wo wir als Linke selbstverständlich dagegen gestimmt haben, counter dash. Dieser Einsatz dient dazu, Aufnahmen von dem gesamten Gebiet zu machen. Wer garantiert eigentlich, und sie werden übrigens von der Türkei genutzt, Wer garantiert eigentlich, dass dieser Einsatz und die Aufnahmen nicht genutzt werden für die heutige Kriegsführung für Herrn Erdogan und seine Armee? Deswegen muss doch völlig klar sein, dass dieser Einsatz, und der soll jetzt verlängert werden, eben jetzt nicht verlängert werden. Diesen Mut muss das deutsche Parlament haben, jetzt Nein zu sagen, angesichts der Kriegsführung von Herrn Erdogan, liebe Genossinnen und Genossen. Ja, das ist auch ein Ausweis. Ich könnte über viele andere Dinge reden, wo die Bundesregierung nicht in der Lage ist zu handeln. Wenn wir das Thema Grundrente nur einmal erwähnen. Ich meine, vor der Europawahl wurde es angekündigt. Bis heute ist gar nichts passiert. Oder das Gute-Kita-Gesetz, angekündigt, real hat sich die Quote der Anspruchnahme der Maßnahmen null verbessert. Und, 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 das alles könnte ich fortsetzen. Aber natürlich will und muss ich heute auch über einen Punkt reden, der hier auch schon genannt worden ist. Es ist gut, dass nicht nur zufällig dieses Plakat hier vorne hängt. Der Anschlag von Halle, ich war da gerade in der Nähe, bin von Jena rübergefahren und man hat gesehen, in einer Autobahn, überall war SEK und so weiter abgesperrt, Hubschrauber flogen. Man wusste ja gar nicht, was los ist, weil am Anfang hieß es noch, dass Täter auf der Flucht sind. Dieser Anschlag im Land des Holocaust, dieser versuchte Anschlag, war nochmal eine neue Qualität. Petra hat in ihrer Begrüßung schon darauf hingewiesen, was das bedeutet. Der Rechtsextremismus in unserem Land ist gewachsen. Der Rechtsextremismus hat leider eine neue Attraktivität bekommen. Es ist eine schreckliche Entwicklung. Und diese Entwicklung ist über Jahre geleugnet worden, liebe Genossinnen und Genossen. Und gerade hier in Hessen, selbst als der Herr Lübcke von einem bekannten Rechtsextremisten faktisch hingerichtet worden ist, wurde die Gefahr an vielen Stellen kleingeredet. Und ich glaube, dass das völlig inakzeptabel ist. Und wenn die Innenminister jetzt erzählen, dass wir innenpolitische Maßnahmen durchführen müssen, da kann man über die eine oder andere sicherlich reden, mehr Schütz für Synagogen werden wir mit Sicherheit unterstützen. Aber nicht zu erkennen, dass wir kein innenpolitisch, sondern ein gesellschaftspolitisches Problem sind, das ist das Entscheidende. Wir haben in der Gesellschaft mit Rechtsextremismus ein Problem, liebe Genossinnen und Genossen. Und da hilft auch überhaupt nicht, bei jedem Anlass nur eine Reaktion zu haben, verschärfen, verschärfen, verschärfen. Nein, Anwendung der Gesetze ist sehr, sehr viel wert. Das sollten wir erst mal hinkriegen. Nicht sparen bei der Polizei, wie das über Jahre war, sondern Durchsetzung von Gesetzen. Aber der permanente Ruf nach Verschärfung und die Richtung, dass wir den demokratischen Rechtsstaat abbauen wollen, das ist eben der falsche Weg. Und bei dieser Frage werden wir uns auch immer dagegen stellen, liebe Genossinnen und Genossen. Und ich will aber auch eines hier betonen und auch gerade hier in Hessen betonen. Wir als Linke waren die einzige Partei, die eben über Jahre schon bei diesem Thema in großer Konsequenz nicht nur argumentiert, sondern auch gehandelt hat. Der NSU ist ja zentral in Hessen gewesen. Und ich will da ausdrücklich auch an die Landtagsfraktion, will Hermann Schaus, hat es heute noch nicht gesehen, ausdrücklich persönlich danken. Ihr habt da eine tolle Arbeit geleistet. Das war gut so, dass das aufgeklärt worden ist. Herzlichen Dank dafür. Und wir als Linke werden da konsequent bleiben. Das ist genau, wie es hier steht. Nazis raus aus den Köpfen ist ein wesentlicher Punkt, der unsere Politik prägen wird. Und das ist eine Herausforderung, die wir hoffentlich mit vielen anderen angehen werden. Liebe Genossinnen und Genossen, ihr habt ja das Thema Klima zum zentralen Thema gemacht. Und ich muss da vielleicht gar nicht so sehr viel sagen. Ich fand das hier bisher Gesagte, auch schon von dem Gewerkschaftsgenossen, hätte ich beinahe gesagt, Gewerkschaftskollegen, völlig richtig. Ja, die Klimafrage ist substanziell eine Klassenfrage. Es sind die Großkonzerne, die wesentlich für diese Entwicklung der letzten Jahre die Verantwortung haben. Und nicht Verzichtsideologie. Ganz genau, ich teile das, was du da gesagt hast. Das ist unser Ansatz. Wir unterscheiden uns nicht noch ein mehr, noch ein mehr, sondern wir als Linke haben einen qualitativ anderen Ansatz. Das, was jetzt passiert, das ist doch einigermaßen grotesk. Die Fridays-for-Future-Bewegung, die wir ausdrücklich begrüßen, geht seit jetzt Monaten auf die Straße. Und das Ergebnis ist, dass die Energiepreise ab dem 1.1. nächsten Jahres steigen werden. Das ist so eine groteske Entwicklung. Und das, was da als Klimapaket angeboten wird, das ist insgesamt in keiner Weise ausreichend. Man muss doch mal wirklich dahin gehen, wo Bundesregierung handeln kann. Also zwei Punkte nur in aller Kürze. Öffentliche Personen- und Nahverkehr und Eisenbahnnetze. Die Realität ist, dass seit 1990 4.600 Kilometer Bahnstrecke weg, also abgerissen worden sind. Das ist die Realität. Wir aber brauchen den Ausbau von Bahnen, damit LKWs von der Straße kommen, damit Großtransporte von der Straße kommen. Das wäre notwendig. Da muss investiert werden. Wir brauchen die energetische Gebäudesanierung, damit Energie runter. Das sind die Punkte. Aber eines ist für uns als Linke ganz klar. Es darf nicht so sein, dass wieder, in Anführungsstrichen, die einfachen Leute bezahlen für die Klimakrise. Wir wollen eine Klimareichensteuer, dass endlich diejenigen mal zur Kasse gebeten werden, die über Jahre profitiert haben von dieser Politik. Das ist unser qualitativ anderer Ansatz. Die sollen diese Krise bezahlen und nicht irgendwer anderes. Ja, und in diesem Zusammenhang ist selbstverständlich das Thema Auto ein ganz Wichtiges. Wir werden in der Bundestagsfraktion am nächsten Freitag dazu eine Konferenz durchführen. Das ist auch kein einfaches Thema, auch für uns nicht. Unterschiedliche Interessenlagen müssen zusammengeführt werden. Aber auch diese Herausforderung müssen wir uns stellen und diese Herausforderung werden wir uns stellen. Eins wird allerdings nicht funktionieren, so wie es einige wollen, dass der Markt das im Kern schon alles richten wird. Der hat es nicht gerichtet, sondern hier muss ordnungspolitisch eingegriffen werden. Das ist dringend notwendig, insbesondere bei der Klimapolitik. Aber das, und da bin ich bei meinem nächsten Punkt, ist insbesondere bei unserem Markenkern. Und ich will das wiederholen und lege da aktuell in besonderer Weise großen Wert drauf. Unser Markenkern ist, dass wir die Partei für soziale Sicherheit in Deutschland sind. Da spielt die ökologische Frage eine Rolle, da spielen innenpolitische Fragen eine Rolle. Aber der Markenkern ist und bleibt, die Linke ist die Partei für soziale Sicherheit in diesem Land. Und es wird immer dabei bleiben, liebe Genossinnen und Genossen. Wir sind die Partei, die null Toleranz beim Thema Kinderarmut hat. Es ist inakzeptabel, dass in unserem Land weiterhin über vier Millionen Kinder in Armut leben oder von Armut bedroht sind. Inakzeptabel. Es ist inakzeptabel, dass es die tickende Zeitbäume Altersarmut gibt. Ich habe eben schon gesagt, Grundrente. Ja, was ist denn nun damit? Real ist nichts passiert. Und man weiß, dass in den nächsten Jahren diejenigen, die Grundsicherung im Alter beantragen müssen, steigen wird. Da muss doch endlich gehandelt werden. Da kann man doch nicht nur reden. Und natürlich ist die Linke die Mieterpartei in Deutschland. Und ich bin wirklich einigermaßen stolz, dass die Linke in Berlin der Motor war und es jetzt hinbekommen hat, dass jetzt der Mietendeckel wirklich steht. Das ist eine große Leistung. Die haben so viel Gegenwind gehabt. Die haben gestanden und haben hier ein Zeichen gesetzt, dass es in einer solchen Stadt eben auch anders geht. Es ist gut, dass es einen Mietenstopp gibt. Es ist gut, dass es eine Kappung von überteuerten Mieten gibt und, und, und. Ich glaube, dass hier die Berliner Linke wirklich was richtig Tolles hingekriegt hat. Und natürlich Mindestlohn. Susi hat dazu was gesagt, der Genosse Gewerkschaft hat dazu was gesagt, will ich jetzt nicht wiederholen. Aber ein Punkt, der ist mir noch wichtig. Wenn wir all unsere Vorhaben, die wir haben, und viele davon sind sehr vernünftig und wir können uns mit jeder Partei da messen, ist eines dringend nötig. Wir brauchen endlich eine große Steuerreform in diesem Land. Denn es wird viel zu wenig über den wahnsinnigen Reichtum in diesem Land geredet. Es ist doch so, dass allein die 500 reichsten Familien, die haben in den letzten zehn Jahren jedes Jahr Vermögenszuwächs im zweistelligen Bereich gehabt und verfügen inzwischen über ein Vermögen von 700 Milliarden. Das sind zwei Bundeshaushalte. Ein Staat, der da zusieht und nicht endlich über Umverteilung redet, der macht eben was grundsätzlich falsch. Und die aktuelle Koalition hat null Mut, hier irgendetwas anzugehen, liebe Genossinnen und Genossen. Es muss darum gehen, mehr soziale Demokratie zu wagen, und das heißt in der Praxis Umverteilung. Und da gibt es die bekannten Vorschläge, die wir haben, über jeden kann man im Einzelnen reden. Aber wenn ich allein an die Erbschaftssteuer denke, die ja im Übrigen dann sehr stark den Ländern zugute kommt. Ich meine, 400 Milliarden werden jedes Jahr vererbt. Und nur zwei Milliarden davon werden dann immer in der Realität betroffen. Das ist doch ein unhaltbarer Zustand. Ein unhaltbarer Zustand. Liebe Genossinnen und Genossen, lasst mich noch ein paar Bemerkungen zur Situation in der Partei machen. Da wollte ich natürlich umfänglich mit Thüringen beginnen und einen soliden Werbeblock machen. Das brauche ich nicht. Susanne hat alles gesagt. Es geht am Sonntag um sehr viel. Ich glaube, der Punkt sei mir gestattet. Der geht jetzt gar nicht in Richtung Susanne, der geht an uns alle. Was wir ganz schön dolle verlernt haben als Linke ist, dass wir über unsere Erfolge reden. Also nun komme ich ja aus einer Partei, da gab es nur Erfolge. Das ist ja auch ein Problem. Aber dass wir hin und wieder auch erfolgreiche Dinge hinbekommen, in der Opposition, in Kommunen, außerparlamentarisch, da reden wir etwas weniger drüber. Und ich meine nur die sachliche Zahl. Ich nehme mal eine von den Thüringer Erfolgszahlen raus. Dass Thüringen bei der Arbeitslosenquote die niedrigste hat aller Ostländer. Inzwischen niedriger ist als Nordrhein-Westfalen. Dass Thüringen beim Wirtschaftswachstum deutlich über dem Schnitt liegt und so weiter. Ich glaube, damit müssen wir viel, viel mehr umgehen. Wir müssen lernen, mehr unsere Erfolge über Probleme. Da sind wir vergleichsweise gut. Meier jetzt auch noch gleich. Aber das andere scheint mir auch wichtig zu sein. Denn das ist auch etwas, wo man natürlich seine Leistungen in das Schaufenster stellt. Das machen wir jetzt in Thüringen entschlossen und gemeinsam. Das ist auch wichtig. Wir alle werden in der nächsten Woche noch in Thüringen reichlich unterwegs sein. Deswegen bin ich auch relativ schnell danach weg. Weil morgen früh darf ich in Arnstadt zu einem Frühschoppen sein. Und das ist ja auch eine nette Reise, wie Susanne weiß. Aber das nur ganz am Rande. Ja, es gehört auch mit zur Wahrheit, dass wir im Moment als Linke in einer problematischen Situation sind. Und ich glaube, dass das Falscheste ist, wenn wir da irgendwie beginnen, über Schuldigkeiten und Ähnliches zu reden. Das ist alles Quark. Weil es ist ja nicht nur ein Punkt, der vielleicht jetzt uns betrifft. Da kann man mal in andere Länder schauen und man sieht, dass in anderen europäischen Ländern die Situation noch viel problematischer ist. Ja, es gibt aktuell leider einen Zeitgeist, der höchst problematisch ist. Man sieht das an Ergebnissen. In Polen hat die PiS wieder die absolute Mehrheit gewonnen. Ich bin übrigens sehr froh, dass mit Lewicki endlich wieder eine linke Partei im Parlament ist. Das ist übrigens der Teil Erfolg, der in Polen auch passiert ist. Wollen wir auch mal Glückwunsch schlagen. Denn da war ja überhaupt nicht Linkes mehr im Parlament. Aber im Moment geht der Zeitgeist wirklich in eine andere Richtung. Man sieht das im Übrigen auch bei den Sozialdemokraten, die in einem desolaten Zustand sind. Und ich weiß nicht, ob der besser wird. Das weiß im Moment, glaube ich, auch bei der SPD niemand. Das ist auch keine gute Entwicklung, sage ich auch ganz klar. Es ist nicht gut, wenn die SPD immer weiter nach unten geht. Denn das führt auch dazu, dass... Wie bitte? Warum nicht? Ja, weil ich glaube, dass wir als Linke nicht in der Lage sein werden, in die Nähe der absoluten Mehrheit zu kommen. Ich glaube, dass alle Parteien jenseits der Union mehrheitsfähig werden müssen. Thüringen ist ein Beispiel. Berlin, Mieten habe ich gerade gesagt, ein anderes Beispiel. Ja, wir müssen auch um andere Mehrheiten in der Gesellschaft kämpfen. Und das geht nach meiner Auffassung eben nur mit den Sozialdemokraten. Bei aller Kritik, die man äußern kann. Und da könnte ich also zwei Stunden drüber reden. Das ist überhaupt nicht mein Problem. Es bleibt dabei, die sind eher unser Partner als diejenigen, die da weiter rechts im Parlament sind. Das ist jedenfalls meine Auffassung. Kann man aber gern auch weiter diskutieren. Aber ehrlich gesagt ist das Verhältnis zu den Sozialdemokraten überhaupt nicht mein Problem. Weil ehrlich gesagt, wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Und ich glaube, dass wir wirklich in einem Diskussionsprozess, und deswegen ist es gut, dass der Parteivorstand beschlossen hat, dass wir eine Strategiekonferenz machen. Wir müssen über unsere Strategie in diesem Jahrhundert reden. Ich glaube auch, wir müssen darüber kontrovers reden. Niemand hat dort die absoluten Antworten. Das ist dringend notwendig. Und da ist ein Punkt mir auch wichtig. Ich habe eben schon, als ich hierher gefahren bin, darüber geredet. Es ist ein ganz wichtiger Punkt, das Verhältnis von Parteien, Fraktionen und Regierung zu behandeln. Ich habe das gerade um ein Negativbeispiel. Wir haben eine Situation in besonderer Weise in Brandenburg gehabt, wo das Regierungshandeln unser Handeln geprägt hat und die anderen Dinge nicht deutlich geworden sind. Das ist im Übrigen in Thüringen durchaus anders, was ein großer Vorzug ist. Wir müssen diese Frage in großer Ernsthaftigkeit und auch debattieren. Und wir müssen vor allen Dingen auf die Unterschiede, die es gibt, Wert legen. Natürlich ist immer Regierungshandeln kein Handeln der Linken. Da gibt es Unterschiede. Bodo Ramelow muss so viele Dinge machen, die er gerne anders machen würde, aber überhaupt gar keine Chance hat. Das ist Normalität. Wir müssen es akzeptieren. Natürlich hat die Partei eine eigenständige Meinung, die auch immer oder in der Regel durchaus unterschiedlich sein kann zu dem, was eine Regierung oder auch eine Fraktion macht. Deshalb, liebe Genossinnen und Genossen, es ist ganz wichtig, dass wir in Offenheit die Diskussion über den Mix von Bewegung, von Parlamentarismus bereden und unter den neuen Bedingungen, insbesondere auch von Digitalisierung, das nochmal behandeln. Mir scheint das ein wichtiger Punkt zu sein. Und vor allen Dingen dürfen wir eins nicht machen, was ein bisschen modern geworden ist, dass wir sozusagen über die Wählerinnen und die Wählerinnen reden. Also ehrlich gesagt, ich finde erstmal, dass jeder, der die Linke wählt, das richtig macht. Und mir ist auch völlig egal, wer die Linke wählt, der macht das erstmal richtig. Ich will nicht Wählerinnen und Wähler gegeneinander ausspielen. Das ist auch völliger Unsinn. Aber selbstverständlich müssen wir auch darüber nachdenken, wie wir uns kulturell denjenigen wieder mehr nähern, die wir ein Stück weit verloren haben. Ich war ja schon oder zumindest seit einigen Jahren immer jemand, der von reiner Lehre nicht so viel gehalten hat. Aber wir sind heute in Zeiten, die keine Differenzierung nicht zulassen. Ich glaube, dass wir in so schwierigen Entwicklungsphasen sind, dass das für uns dringend notwendig ist. Aber gerade deshalb muss doch das aktuelle Zeichen für unsere Partei sein, dass wir miteinander, wo die Rechte erstarkt, wo die Richtung in der Gesellschaft weltweit leider eine anderes, muss doch unsere erste Prämisse sein, dass wir miteinander uns in die Auseinandersetzung begeben. Nur miteinander werden wir eine Chance haben. Wir müssen das Gegeneinander in der Linken beenden. Das funktioniert jetzt aktuell gut, aber das muss der Standard sein. Und dass wir uns trotzdem inhaltlich miteinander durchaus streiten, das ist überhaupt kein Widerspruch. Ihr hattet doch aktuell hier in Frankfurt ein wunderbares Beispiel, wo es darum ging, die Lateinamerikakonferenz von Solid und SDS zu machen, wo völlig unterschiedliche Personen miteinander konstruktiv um eine Richtung gestritten haben. So muss es sein. Das ist die Richtung. Wir haben die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, in dieser gesellschaftlichen Situation nicht Differenzen nach vorn zu stellen, nicht in irgendeiner Weise zu spielen mit der Existenz unserer Partei, sondern gegenteilig. Wir müssen die Linke zu neuer Stärke bringen. Wir müssen uns in die Auseinandersetzung mit den politischen Konkurrenten begeben. Das ist das Gebot der Stunde. Wenn wir das annehmen, werden wir unserer Verpflichtung gerecht. Ich wünsche mir da weiterhin die Unterstützung des Hessischen Landesverbandes, euch einen wunderbaren Parteitag und auf geht's in die Auseinandersetzung mit den politischen Konkurrenten. Herzlichen Dank.